Eine russische MiG-29, sondern eine polnische MiG-29. Also bitte schützen Sie Ihr Gehör. Und eine Suchmeldung. Wir haben die ersten Kinder verloren, obwohl wir schon zweimal unsere Hinweise durchgegeben haben, wie sie sich als Familie mit Kindern zu unserer eigenen Sache und zu ihrer Sicherheit verhalten sollen. Leander und Kasimir Besand suchen ihren Vater Stefan. Leander und Kasimir sind hier am Ila Tower. Das ist das hohe quadratische Gebäude, wo sich auch die Sprecher befinden. Herr Besand, bitte holen Sie Ihre Kinder am Ila Tower ab. Well, ladies and gentlemen, just taxiing air now in front of us. Another aircraft from Poland and a huge welcome of course to Poland, our partner country this year at Ila 2012. Piotr Iwasko from the 22 Tactical Air Base, a pilot since 1990, flown the TS-11, the MiG-21 and this aircraft, the incomparable MiG-29. Very powerful, state-of-the-art, very aerodynamic and very loud fighter aircraft. So if you're near the front, you might want to protect your ears when this blasts off, there's no word. It doesn't really take off, really. It's got far too much power for that. And that's what's wrong. And that's what's wrong. And that's what's wrong. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.